Murmeln. Murmeln heißt undeutlich sprechen. Murmeln heißt, dass man nicht wirklich so spricht, dass andere es verstehen können. Schöneres Murmeln macht zum Beispiel ein Bach oder auch ein Fluss. Wenn du dich an einen Fluss setzt und das Murmeln des Flusses hörst, dann kann dich das in eine sehr meditative, ruhige Stimmung versetzen.